ja nicht zu verwandeln nicht vergessen zurück zu verwandeln das hab ich gleich wieder ein Monster Was ist denn da? Jagduna Hey, mir war schon lange klar dass du kommen würdest dass du eigentlich nicht gehört hast, dass hier inrigo statt einer meiner kleinen probleme hat er kann kein Quellwasser einkaufen und weiß weder einen noch aus Wenn die Brücke im Westen der Stadt nicht repariert wird. Mein Maro-Markt wird gerade eine Sammlung über die Reparatur der Brücke durchgeführt. Wenn du helfen willst, machst du auch eine kleine Spende. Klein? Ich spende alles, ihr Dunen. Alles, was ich habe. Weißt du, keiner spendet, nur ich. Ja, ist auch so. Hallo. Für die Reparatur der Brücke? Ja, wissen wir. Noch 100? 500. 500, ja. Ja, komm, geben wir 500, dann haben wir das weg. Ja. Dann ist die Brücke heile. Hurra! Wir haben das Geld. Die Reparatur der Brücke zwischen dem Westen von Haibostadt und der Ebene von Haibostadt. Und meine Brieftasche hier, meine Tasche macht gerade sehr leer. Dafür soll ich sie diesen korrupten Laden in Haibostadt mal ansehen. Wir bitten noch immer um Beiträge zur Unterstützung... Was? Zum Unterstützungsfonds, um die Waren in Haibostadt billiger verkaufen zu können. Wenn ich nicht richtig lese, liegt es an dem Mikro, was mir gerade im Bild hängt. Ja, ja. Ja. Gib dem Mikro die Schuld. Wenn ich noch so... Weißt du, stört dich das nicht? Und so, und er so, nö, bin ich gewohnt. Ja, ja. Aber lesen doch nicht. Hühnchen! Bock, bock! Komm her. Komm her, ich tue. Tue. Yay! Jetzt hast du ein armes kleines Hühnchen. Ja. Ich verliere Federn. Du bist voll gewalttätig zu dem armen Hühnchen. Aber wenn es so schlattert, ich tue dir noch nichts. Das ist halt bestimmt voll das Trauma. Kann ich das ertrinken? Wo bist du eigentlich hin? Was machst du da? Ich will gucken, ob ich das Hühn ertrinken kann. Aber wieso? Das ist doch nur ein Hühn. Außerdem ist das Wasser nicht tief genug. Da hinten aber. Ich dachte, es kommt weit genug. Oh Mann. Na ja. Ein armes Hühnchen. So, die Brücke ist jetzt. Hallo, ihr Brunner. Hallo, ihr Brunner. Es geht. Es geht. Die Brücke ist wieder. Welche Brücke eigentlich? In Heibustadt, ne? Ja, da wurde er mit dem Quellwasser und so. Ja, da, da, da so. Da so. Da war irgendwas mit Quellwasser. Heibustadt. Ja. Geben wir auch noch mal hin. Ich weiß nicht mehr, was da mit diesem Quellwasser war. Es war quällig. Aber das war irgendwie eine Quest. Ja, eine doofe Quest. Da muss man schnell sein. Weil das dann irgendwie seine Wirkung verdient hat. Ja, es war kacke. Es war kacke. Ich mag es was nicht. Schnell sein Quest sind kacke. So. Oh, Link. Passport. Hallo, Link. Ich habe Post für dich. Hier steht auch der Absender. Leonard, sagt er das etwas? Nein. Da waren wir doch gerade erst. Ich kenne ihn nicht. Er hätte mir auch mit mir selber reden können, weißt du. Was, Idiot. Jetzt muss ich wieder in meine Brieftasche gucken hier. Briefe. Hallo, Link. Ich weiß, du hast viel zu tun. Aber komm bitte nach Carrico und besuche mich im Heiligtum. Ich habe dir gesagt, dass du da gerade nicht waren. Ich habe Informationen über... Ich habe eine Information über... Ich habe eine Erinnerung, wie ich dir... Puh. Puh. Ich gehe jetzt erstmal nach der Brücke gucken. Oh. Fee wegnehmen. Ich habe ein bisschen Aufmerksamkeit. 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 Weißt du, gerade da gewesen? Brücke repariert? Wir können mal durch die ganze Stadt latschen. Oh Gott, ist hier Party. Kriegst du nochmal die größeren Geldbörsen? Mit den Insekten oder mit den Geistes? Mit den Insekten, glaube ich. Mit den Insekten. Mit Geistesseelen, glaube ich, auch eine. Ich habe schon eine größere, glaube ich. Ja. Alle Knochen. Ich weiß. Knochen. 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 Derp. Wummischen Derp. Das war die falsche Brücke. Oder? Was ist das für eine Brücke? Da war ich ja noch nie. Hi. Oh. Was? Was haben Sie gesagt? Im Westen? Ja, ist doch Westen, wo ich bin, ne? Ist doch Westen, ja. Dann war das... Ich habe eine kleine Brücke. Was ist die Brücke? Moment mal. Lauf mal weiter. Äh. Weiter. Äh. Ab in die Dunkelheit. Mhm. Ja. Da ist sie doch. Stimmt. Da hockt der Kehrloch. Hallo du. Oh. Oh. Ich mag nicht mehr. Jetzt ist die Brücke zwar wieder ganz, aber ich bin so schwach. Da kann ich unmöglich neue Waren einkaufen. Alles was ich brauche um zu Kräften zu kommen ist Quellwasser. Wenn ich mich da heute übergieße geht es mir wieder gut. Mhm. Ja. Tu. Tu so. Ja, da musste man doch hier. Wo war das denn? Vom Berg. Ne? Und ich glaube, ich erinnere mich, dass ich immer am Rand gelaufen bin, weil die ganzen Monster in der Mitte kam. Gipfel. Gipfel. Wie echt? Wie echt Gipfel? Ich weiß gar nicht von wo man das Quellwasser hat. Oh Gott, komm was da kommt. Also da oben gibt es auf jeden Fall eine Quelle. Aber die gibt es auch. Kakariko ist auch so eine Quelle. Ja, aber äh. Nein. Hallo. Lass mich doch mal in Ruhe. Alter, die gehen so auf die Nerven. Warte mich. Hm, wie aber nein. Ja, aber nein. Aber ja, aber nein. Da ist glaube ich eine Quelle oder so. Hä? Oder war hier die Quelle? Da ist eine Quelle und ein Kakariko, da baden die doch auch so. Aber ist das Quellwasser? Ja, das heilt doch. Alles was heilt ist Quellwasser. Aber ist das andere Wasser in Kakariko? Du meinst wo der Geist drin ist? Nee. Oben auf dem Dach meinst du. Ist da ein Geist drin? Nein, wo der Lichtgeist drin war. Da meinst du. Nein. Weil das heilt ja auch. Ja, aber das meine ich nicht. Du meinst da oben. Da wo die baden halt. Gucken wir mal ob das Quellwasser ist. Du musst deine Fehl freilassen. Oh nein. Dabei hat die Fehl mir noch nicht meinen Wunsch erfüllt. Wenn nicht, kann ich ja zum Gewohnen gehen und mich hochschmeißen. Ja. Wäre vielleicht eine Maßnahme. Du schmeißt mich hoch. Ja. Dann mach mal. So. Ist das Quellwasser? Ich sag mal an. Ja. Dieses Huhn. Ich stelle hier rum. So. Tja. Ich musste halt auf den anderen hin. N synchronous bin ich. Au. Nовой. Oh nein. Na? Quellwasser! Siehst du, sagst du. Kalt ist es einfach nur Wasser. Ach. Stimmt. Quellwasser weil hier das. Ist warm und dann wird's irgendwann kalt. Deshalb musst du dich jetzt beeilen. Kannst du irgendwie hin teleportieren? Kann ich nicht warten, ja genau. Ach so, stimmt. Da war was. Aber was? Verdammt. Ich muss eigentlich auch nur mit dem reden, aber ist mir grad egal. So, das muss reichen. Nein! Ich hasse Zeit, Dinger. Pat, pat, pat. Ja. Ähm. Nein. Nein. Da. Kann ich da nicht auch als Wolf durchlaufen? Hm. Ich weiß es nicht. Die Leute haben dann nur Angst vor mir. Ja. Okay. Attacke. Ich weiß nicht, ob die nicht da durchlassen. Attacke. Doch, das geht. Hey, 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 hey. Schneller. Schneller, das Wasser wird kalt. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ja. Ich finde sie alle panisch sind. Ist doch ein Wolf. Lass mich durch. Ja, Mütner sitzt drauf. Ja. Und? Ist doch putzig. Ist doch putzig. Ist doch putzig. Oh du 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 du. Klausch, 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 Klausch. Vielleicht vor dem Geron da zu reden? Ja, ja, das hatte ich vor. Ich glaube nicht, dass der von dir das Wasser... Wow! Aber Geron haben eigentlich keine, alles vor dem Wolf. Ja, trotzdem. Ich trinke doch kein Hundewasser. Jetzt vorm Geron so, das Wasser wurde zu Quellwasser. Äh, normalen, normalen, das Quellwasser wurde zu normalen Wasser. Was wäre jetzt gewesen? Hier! Oh. Achso, ich soll ihn lieber kippen. Kipp, kipp drüber. Das hat jetzt nichts gebracht. Ich hasse ihn. Muss ich vor dir stehen? Was war das denn jetzt? Ey, was solltest du denn sonst machen? War das jetzt schon wieder kalt, oder wie? Hä? Dürfst du nicht warten, weil dann wird es gefrostet? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich dafür, dass wir hier erstmal aufhören. Okay. 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 Wir haben jetzt schon wieder ganz viel. Geht so. Eine Stunde irgendwas. Ja. Ähm. Das sieht jetzt nicht ganz viel, aber ein bisschen aus. Ja. Kann ich wieder aus. Und ich kann ja hier nicht die ganze Zeit dabei sein. Das nervt die Leute voll. Das ist ja scheiße dann. Ja. 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 Ich hab das Schweinchen doch... Ja genau. Steh auf. Ich bin wieder aufgestanden. Oh. Steck in der Wand. So. Gotti. Great Schweinchen. Wir reiten in die Prärie. Okay. Und... Diesen wunderschönen Anblick von links hintern, der ein Wind flattern. Ja genau. Verabschieden wir uns. Ui. Was liegt da? Ist ein Gegner oder was ist das? Das war ein Gegner, ne? Ja. Das war ein Gegner, ne? Ja. Ähm. Ja. Sag dann mal tschüss. Tschüss. Die Luise hat auch tschüss. 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 Die sind gerade geliefert. Nein. Nein. Lass mich an in Ruhe. Ich weiß nicht tschüss. 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 Tschüss.